Herzlich willkommen zu Singularity. Ich muss jetzt langsam aufpassen, mir läuft die Festplatte voll. Und ich kann jetzt nur noch, denke ich mal, eine Folge machen. Ich werde jetzt hier erstmal eine Granate reinschneißen, die den gewünschten Erfolg hatte. Ich will aber meine Fulg haben. Und somit ist die Tür auf. Und alle freuen sich. Demicheff kommt näher. Wenn jetzt nochmal so eine Viecher kommen, dann habe ich keine Chance. Weil ich hab ja nix mehr. Keine Medipecs. Hier ist auch nix. Huch. Wie schwimmt der denn? Beeil dich. Wir brauchen Medipecs. Und das ohne Ende. Fünf Stück können wir aufsammeln. Und hier ist nicht ein einziges. Das ist wie verhext. Gibt's wirklich nicht. Voranlagen hier andauernd welche rum. Das war Munition. Nicht ein Medipec. Ich hab mich doch so dämlich angestellt. Läuft hier noch mehr Wasser rein? Ist das überhaupt dicht hier? Hört sich nicht gut an. Hört sich nicht gut an. Hört sich nicht gut an. Boah. Hund. Hier ist ein Schalkkult. Da hat sich einer erhompt. Paradies. Brauche ich nicht. Als das Disaster ausbrach, sind Alina und ich in den Tunnel in Sicherheit gerannt. Die Beine sehen aber noch gut aus. Aha. Und ab wie ins Wasser. Hier lang. Also wenn ich Shift drücke, dann kriege ich immer so einen kleinen Schub. So einen Schub biegen. Und jetzt müsste ich eigentlich auftauchen. Die finde ich nur so einen Dingen. Ich ahne, schlimm ist. Scheiße. Scheiße. Alls. Okay. We geht's. We geht's. 控szychzer. Sie sind schon da ist. Gebt auf die Diana. Es geht's. Unserebt. Neufe. Wie schmaan Talent. Schmirern auf • Gemhen! Das war's. Ja, den haben wir zumindest nicht. Auch wenn's weh tut, aber... Hier ist aber sonst auch nix weiter. Ich hab jetzt wieder so diese Krabbelfiecher erwartet, aber die waren ja Gott sei Dank nicht hier. Äh, Munition, die ich nicht brauche. Also, erstmal alles absuchen. Ah, hier. Hier ist ein... Gott sei Dank. Noch irgendwas Gutes? So. Beinahe übersehen. Oh, es geht mir langsam, fühle ich mich wieder besser. Na, du nimmst doch. So. Langsam geht's mir echt besser. Sag die Zeit. Muss wirklich extrem drauf aufpassen, sonst ist die Folge... Kasimov-Munition ist voll. Kasimov? Das ist dieses Scharfschützen-Dingenbummen. Von wo bin ich denn gekommen? Von da bin ich gekommen. Ich muss doch hier irgendwo dann weitergehen. Interessant. Hier ist aber kein... Knöppel zum... Betätigen. Äh... Ne, von da bin ich gekommen. Stopp. Von da bin ich gekommen. Hier kann ich raus. Hier war ich noch nicht. Na toll. Sie müssen schnell sein, Käpt'n. Demi-Gefs-Männer grenzen ihre Suche ein. Wie soll ich da jetzt hochkommen? Ich hab hier was gesehen. Hier hat was. Ich geh mal da. Hier liegen irgendwelche Dinge herum, aber hier war ein Schaltpult. Ich kann mich auch irgendwie schwach an diese Stelle hier ändern. Ah. Was passiert jetzt? So, jetzt ist das Wasser weg. Ah. Da komm ich jetzt wieder hoch und dann hab ich da eine Kiste. Ha, ha, ha. Komm, mach schneller. Seht ihr, seht ihr, seht ihr? Neue Kiste. Auf die kann ich springen. Springen! Die Geräusche mag ich nicht. Wir haben es schon versucht. Ein Handy? Der kann hier noch nicht so lange liegen. Ah, hier geht gleich wieder was ab, hier. Ich kann die Scheiben zerstören. Kann ich hier noch irgendwas machen? Außer Scheiben zerstören? Ah, ich kann den Hebel benutzen hier. Gut gemacht. Die Verstärkungsplattform hat jetzt Energie. Und nun? Ah. Die Aktivierung des Generators muss Demitschef ihren Standort verraten haben. Kehren Sie so schnell es geht zur Brücke zurück. Ich hab zwei... Die machen Magazinerweiterung. Denn ich glaub, die brauch ich jetzt. Schön. Da. Das hat ja gut gefunktioniert. Was war das? Die sind mir lieber wie diese ollen Viecher. Die sind mir lieber wie diese ollen Viecher. Ne Kasimov. Nein. Noch ne Kasimov. Schnell rein. Bitte ein... Ich brauch da mal ein Speicherpunktspiel. Richtig bin ich auf jeden Fall. Ah, jetzt kann ich hier hin. Schnell. Benutzen Sie die ZMG-Plattform. Reparieren Sie die Brücke. Wir haben kaum noch Zeit. Ja, ich muss jetzt einfach nur dieser... ...weißen Vogel nachführen hier. Und dann geht der Rest von allein. Guck mal. Ups. Dämmitschaftsmänner haben Sie entdeckt. Überqueren Sie die Brücke und gehen Sie zum Tor. Los! So, hier oben ist was. Brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Das sagt mein Dings. Da war auch noch eine. So. Heilen. Mit mir. Mitnehmen! Weg mit dir. Doof daneben. Nein, nicht. Der hängt da oben irgendwo. Nicht. Nicht. Jetzt ist er weg. Keine Ahnung. nghiikert. Was ist das? Ich auch nicht. Aber ich hör's schon. Ich auch nicht. Aber ich denke mal, bevor hier irgendein Malheur passiert, werde ich jetzt mal die Aufnahme beenden und in einer nächsten Session weitermachen. Telefon. Man spielt sich immer wieder fest. Es macht Spaß. Bis dann, Freunde. Tschüss. Boah. Und?